Unser Marsch ist eine gute Sache, weil er für eine gute Sache geht. Liebe Brandenburgerinnen, liebe Brandenburger, liebe Gäste unserer Stadt, das Bündnis für Frieden ruft zur Teilnahme am dritten Ostermarsch am Ostersonnerwind um 14 Uhr hier auf dem neustädtischen Markt auf. In über 70 Städten der Bundesrepublik werden über die Osterfeiertage tausende Teilnehmer für Frieden und gegen die wachsende Kriegsgefahr demonstrieren. Zeigen Sie sich mit Ihrer Teilnahme solidarisch mit der Friedensbewegung. Kommen Sie also am Ostersonnerwind um 14 Uhr zur Eröffnungsgrundgebung auf den neustädtischen Markt. Gegen 14.45 Uhr folgt der Demonstrationszug durch die Innenstadt. Gegen 15.30 Uhr treffen wir uns wieder hier vor Ort zur Abschlusskundgebung. Musikalisch wird die Veranstaltung durch Tino Eisbrenner umrahmt. Er ist Friedensaktivist, Sänger und Rockpoet. Tragen auch Sie mit Ihrer Teilnahme dazu bei, dass auch der dritte Ostermarsch ein Erfolg wird und ein deutliches Friedenssignal an die Politik sendet. Wir marschieren nicht aus Hass, nicht aus Rache, wir erobern kein fremdes Gebiet. Unsere Hände sind leer, die Vernunft ist das Gewehr und die Leute verstehen unsere Sprache. Marschieren wir gegen den Osten, nein, marschieren wir gegen den Westen, nein, wir marschieren für die Welt, die von Waffen nichts mehr hält. Denn das ist für uns am besten. Und nach ihnen werfen wir uns, am besten, na der Herr Neumann Crosss transformed. Und bis endpoint, wie bei der acompañe Rubik Jens know, wir bei der Leiter courage 기만äu. Vielen Dank.